Ladies and gentlemen, hallo und herzlichen Willkommen zu... Hey, was ist denn hier los? Peter, hast du Peter abgeknallt? Der hat mir einfach abgeknallt! Und jetzt kann ich nicht mal in mein Auto einsteigen, weil da so ein scheiß Cabrio... Wie ist das denn jetzt, wenn ich in andere Autos einsteige? Kann ich die, äh... Verschwinden die, wenn ich irgendwo reingehe, oder bleiben die? LOL! Wie bist denn du hier so schnell wieder da hingekommen? Ich bin da gespawnt. Das war so klar, dass das... Oh Gott, wer ist da vorne? Ist das Bram oder Hardy? Toll. Und mein Auto steht jetzt da auf dem Highway. Das kann ich jetzt nicht zufällig hier irgendwo hinspawren, oder wie? Aber du spawnst in der Nähe. Ja, echt mal. Ah, tatsächlich. Ja, aber jetzt bin ich hier oben auf der Brücke gespawnt. Ach, da oben ist der Hardy. Jetzt nicht wieder abknallen! Ne, ne. Oh, au! Loll am Arsch, Junge! Wieso knallst du mich denn ab? Das ist mein Wichser, ey! Ach so, ey! Nein, jetzt habe ich die Polizei anwalt! Okay, jetzt muss ich mich verabschieden. Ja, halt noch verpiss dich, ey! Ey, guck mal, ich habe gerade eine Koop-Mission bekommen. Soll ich die mal annehmen? Dann können wir jetzt eine Koop-Mission machen. Ja, mach mal. Okay, warte. Jetzt bin ich am Arsch der Wild! Jobliste. Ein bis vier Spieler. Ja. Mein Auto bleibt jetzt so lange auf dem Highway stehen, bis ich das abhole. Ja, ich muss erst mein Fahndungslevel abholen. Ne, irgendwann wird das zum Schrottplatz gebracht. Das hat mir ja noch nie passiert, wa? Der hat das zum Schrottplatz gebracht. So, warte, ich fahr mal eben auf den Highway hier. Lö, aua! Scheiße! Jetzt fahr ich jetzt auf den Highway drauf. Ah, hier. So, ich join jetzt mal dem Job und lad euch dann dann in den Job ein. Ja, warte, ich muss noch mal... was ist mit meinem Auto? Ja, bleibt da stehen, das verschwindet nicht mehr. Ja, habt mal keine Angst vor deinem fucking Auto, Alter. Ich hab keine Angst vor meinem Auto, sondern um mein Auto. Ja, dann halt um dein fucking Auto. So, Moment. Äh, meine Freunde sind homosexuell. Meine Freunde sind alle kriminell. Ne, ich sing nur grad ein Lied. Alter! Ey, wieso schießt du denn jetzt schon wieder auf mich? So, ich hab euch eingeladen, ihr Bitches. Kommt rein. Ja, ich, äh, muss leider grad die Polizei abschütteln. Ich hab halt versucht abzuschießen, aber ein paar Leute haben mordet. Eine Sekunde noch. Oh mein Gott, jetzt gucken die ganzen Leute hier einfach nur auf dieses verkackte Bildschirm-Ding. Willst du euch den machen? Ich kann jetzt leider halt gerade nicht. Ich muss kurz, äh, nur abschütteln. Echt mal, denn es kann jetzt nicht. Was muss ich denn machen? Hier? Dann kannst du deine Waffe auswählen und du kannst deine, deine, du kannst halt auswählen, was für eine Musik du währenddessen hörst und so weiter und so fort. Erstmal ein paar, bisschen Munition kaufen. Alter, die ist ja fast gar nicht teuer. Aber ich hab keine, ich hab keine, ich kann keine andere Waffe als die Pistole nehmen, weil ich hab noch nichts. Was hat Hardy denn für Werte? Ich würde die Werte jetzt gerne mal mit meinen vergleichen. Ich hab relativ hohen Fahrwert und Schießen-Skill. Schießen? Hast du nicht mal einen voll? Echt nicht? Wo kannst du das denn sehen? Kürzlich beigetretener Spieler steht da bei mir rechts. So. Aber ich hab auf jeden Fall einen hohen Fahr-Skill, das weiß ich. So, alle sind da. Perfekt. Aber dann traurig ich nicht, weil ich auch so gut fahren kann. Bram, sag mal kurz, wenn du fertig bist mit deinen Einstellungen. Ich bin fertig. Okay, go, go. Sitzung wird gestartet. Okay, go, go, Mama. Mein Gott, sollst du da tatsächlich jetzt mal alles vernünftig funktionieren? Das wäre der absolute Wahnsinn. Trampel? Achso. So, Moment, was kommt denn jetzt? Was passiert bei euch gerade? Okay, ich bin jetzt in meinem Auto. Mission, Probleme am Pier. Stieh das Meth. Wir müssen Meth klauen, Junge. Wir müssen Meth klauen, Junge. Ey, hol uns mal ab, du Arschloch. Habt ihr kein Auto? Nee. Okay. Ja, warte, Bram. Wir haben nur zwei Teamleben, Leute. Warte, du musst die erschießen. Egal, komm her, ich schläg bei dir ein. Habt ihr ein Auto? Ja. Alles klar. Boah, Alter, voll Gangster hier. Wir dürfen nicht sterben. Das ist wichtig. Wir dürfen nicht sterben. Peter sagt das. Ey, was ist ein Night Owls für einer? Ah, das ist Peter. Wurden der schon sein Auto schon wieder her? Das ist doch geil. Ja, das ist mit mir gespawnt. Weiß ich auch nicht wieso. Seist ihr nicht in eurem Auto, als ihr den Job angenommen habt? Nein. Nee. Ah, okay. Verstehe. Ja, dann wissen wir das wenigstens auch. Oh Gott. Wuhuhu! Boah. Denn sie müssen das nicht klauen. Alter, wo fährst du denn lang, du Affenkub? Ne Abkürzung. Achso. Boah. Warum erfährst du die Menschen nicht? Die haben entfüllt Berlin. Ja. Was soll dir die Blut zeigen? Ich dich auch für seinen Hals jetzt nicht. Was brichst du? Die Sternen dann ja auch. Das stimmt. Hast du dich auch? Weil ich Beifahrer bin? Ja, ist korrekt. Weil wir in der Gruppe sind. Ne, ich glaube, weil du Beifahrer bist. Achso. Boah, das kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Nein, du bist das mit am... Alter, da war voll die fette Karre, Bram. Ist doch egal. Ist doch egal. Ist doch egal, Junge. Ich bin egal, Junge. Ich warte hier mal vor Ort auf euch. Ja. Warte mal vor, das wäre doch noch rein. Ach, schade. Fick dich. Das ist, glaube ich, unter dem Pier, oder? Ja. So, warte mal. Lass mal kurz die Lage erst checken. Erstmal aussteigen. Autsch! Hahaha. So. Okay, lass die einfach alle absnacken. Wo? Ja, die Tür nicht. Ah, okay. Alles klar. Der lebt noch. Einer lebt nicht mehr. Ey, ich habe eine Schott hier eingesammelt. Ja, dann mach die doch platt da. Bam, 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 bam. So. Da ist ein Shopper, Junge. Ich mache jetzt hier Terminator-Style mit Pumpgun. Wum, bumm, 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 bumm. Loll. Ich kriege Fresse. Oh, du Bitsch. Wuuu. Bam, 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 bam. Bitsch, was habe ich dem gegeben? Auf den Muppet, Junge. Wow. Okay, Mith wird eingesammelt. Eingesammelt. Ja. Go, go. Los geht's. Komm Peter, steig auf. Steig auf. Ne, hier ist glaube ich noch ein Motorrad. Nein, du musst aufsteigen. Okay, okay, okay. Okay, du musst aufsteigen. Komm, steig auf. Wir hauen jetzt ab. Los, Junge. Lass den Abgang machen. Meinst du, ich schaffe einen Wheelie? Oh Gott. Warte, ich mache jetzt einen Wheelie. Ja, geht nicht. Funktioniert voll gut. Und dabei hast du schon schwere Ware hinten drauf. Boah. Boah, Alter, das sind voll die Gangster. Ich habe gerade Meth geklaut, Alter. So. Bram hat's dabei. Hilf, das zu Geralts Apartment zu liefern. Ja, kein Problem. Also ich kann Bram während der Fahrt da runterschießen. Wahrscheinlich. Boah, der visiert bei mir die ganze Zeit irgendwelche Zivilisten an. Wie kann man denn anvisieren auf dem Muppet? Gar nicht. Also Gegner gar nicht. Ja, und Zivilisten, wie macht man das? Ja, keine Ahnung, hat er bei mir automatisch gemacht. Ich habe einfach nur L2 gedrückt. Wollte eigentlich auf Bram zielen und dann hat er die ganze Zeit auch so eine Olle gegeben. Oh! So. Okay, Bram ist eh viel schneller als wir. Läuft! Autsch! Okay, ich fahre jetzt. Du hast deinen. Ja, okay, dann fährst du jetzt. Komm, steig auf, Bitch. Ja, sind wir. Ja, da war so eine Laterne. Ey, wieso kannst du den Helm aufziehen? Komm, ich muss doch ein Mal aufziehen. Das ist sicher. Da war eine Straßenlaterne, die war leider im Weg. Weißt du, wie viel Damage mir das gemacht hat? Ja, mir auch, ey. Das war voll krass. Ja, aber hallo. So, ich zeig dir jetzt mal wieder. Kann ich dir eigentlich während der Fall in den Kopf schießen? Bam, bam, Junge! Leute! Ich dachte, du hättest mich jetzt echt getroffen. Ach so, Mission bestanden. Juhu, das ist gut. Komm mal geil, wie viel Cash kriege ich denn jetzt? Das wirst du jetzt sehen. Wow! Da kann ich mir ja neue Klamotten verkaufen. Ich hab nur eine Zwischensequenz. WTF, warum habt ihr denn keine? Keine Ahnung. Zwischensequenz. War das eine geile spannende Zwischensequenz? Ja, mega geil. Ich hab den Typ nach Mevzu geworfen, aber gut. Boah. Geil, ey. So, setz dich fort. Jetzt können wir die Mission bewerten. Ja, war, äh, gefällt mir. Aber gut. Wollen wir noch eine direkt, hab ich gehört? Boah. Ne, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Wir müssen auch fortfahren. Okay. Jetzt können wir nämlich auswählen. So, jetzt können wir den nächsten Job ab. Was muss man denn hier machen? Wiederholung? Ey, Bram, ich glaub... Ich glaube, wenn wir jetzt alle freier Modus wählen, kann das sein, dass wir alle gemeinsam in den freien Modus zurückkommen. Vielleicht werden wir dann auch dem gleichen Server zugewiesen. Egal, aber wir wollen natürlich was anderes. Ich wähle jetzt... Lass mal unten links. Das ist ein Punkt-zu-Punkt-Gelände-Rennen. Das klingt doch witzig. Okay. Machen wir jetzt einen Job nacheinander, oder was? Ja, wir gehen auch wieder in den Freerome-Modus irgendwann. Aber wenn du jedes Mal wieder zurückgehst, sind das halt immer Ladezeiten, auf die man verzichten kann. Deswegen kann man jetzt auch mal ein paar Jobs machen. Wenn du einmal am Throaten bist, kannst du auch richtig diepen. Boah, das stimmt. Ich hab auch schon bei Videos Autorennen gesehen, wo du so Waffen einsammeln kannst, wie bei Mario Kart. Das ist so geil. Alter, gibt... Habt ihr grad den Oldtimer in der Werbung gesehen? Ja. Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ohne Spaß. Ich frag mich, ob ich den auch gebe. Nein, nicht Non-Stop-FM, ey. Mein Gott, ey. Dann krieg ich wieder auf den Sack. Alter, das ist voll geil. Ah, tut, 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 tut. Ja, ich muss das Radio ausmachen, sonst haben wir jedes Mal die Scheiße am Hals. So, ich kann jetzt noch ein paar andere Leute einladen. Sollen wir das mal machen? Mir egal. Oder sollen wir zu dritt bleiben? Ja, aber egal. Oh, dann starte ich. Okay. Fahre ich denn jetzt in meinem eigenen Auto oder was? Nee, nee, nee. Glaube ich nicht. Nee, da kriegt man so... Kannst du eins auswählen. Oh, wie geil, Junge. Wie... Lol. Nein, ich möchte den Job nicht verlassen. Fahrzeug. Boah, nee. Ich möchte auf keinen Fall... Nee, den möchte ich auch nicht. Nehme ich jetzt... Ich überlege, die Mai hat zuzunehmen. Ja, tu das. Ich wette mal 1000. Wie du wettest mal 1000? Bram wettet auf sich selber Geld. Ja. Wie geht denn das? In dem Menü, bevor du sagst, dass du bereit bist. Okay. Ah, stimmt. Spieler Pizzi, deine Wette. Ich bin jetzt gerade dabei, meine... Ach, da bestätigen. Okay. Wo kann ich denn wetten, auf was ich wette? Ich glaube, man kann nur auf sich selber wetten. Ah, deine Wette. Oh, nee. Geld wetten. Ich wette mal 200 Dollar. Habe ich auch gemacht. Auf mich. Was habt ihr für Autos genommen? Jetzt ist ja eh vorbei. Motorrad. Ich habe auch Motorrad, genau. Ich habe den Buggy genommen. Da steht ein Ferrari hinter mir und ein weißer Morgel. Ich bin mal gespannt, ob man hier auch Waffen benutzen darf. Das wäre ziemlich abgefahren. Da habt ihr noch nicht alle auf bereit geklickt, dass der so runter zählt. Ich schon. Ich nicht. Habe ich nicht gesehen, dass man das kann. Wovon ich starte als Zweiter, oder was? Ja. Was habe ich denn als Letzter? Ja. Oh, du Scheiße. Das heißt, Hardy kann uns jetzt voll krass vom Motorrad runterfahren. Ja. Ja, aber der ist wahrscheinlich die Gefahr. Ja, genau. Oh. Guck mal, wie lang... Du warst zu langsam, Bitch. Alter, wie soll es mal wagen denn so langsam, Junge? Leute, ich bin in deinem Windshuttle drin. Geil. Loll. Nein! Ich bin runtergefallen. Loll! Ich bin falsch gefahren. Geil, Junge. Ja. Jetzt fahren wir dann mal nach Hause hier. Ganz souverän. Da kann ich aber gleich auch auf den Setz gewinnt. Jetzt häng ich natürlich nicht da her. Jetzt muss ich hoffen, dass die Bobbys einen Fehler machen. Ja, aber auf der Strecke. Schwierig, wa? Boah, Alter, wie die H gerade abgeht. Ja. Wirst du denn nicht eine langsamen K haben als du? Ja, aber ich komm trotzdem gar nicht an ihn ran. Ist natürlich jetzt scheiße. Da wird noch ein Fehler machen. Ja, das glaub ich auch. Hier wird gleich irgendwo ein Stein liegen, in den ich volle Karone reingedretter. Ich glaub, auf dem Gelände fährt Hardy einfach schneller. Und auf der Straße... Ah, okay. Du musst ja auch nach vorne lehnen, Peter, wa? Ist man dann schneller? Ja. Weil ich dann aufs Motorrad lege. Und so weniger Windwiderstand hast du. Das ist schon total krass. Ja, aber der hat Spaß mit der Party fährt da nach Hause. Ich glaube auch, der fährt so ganz easy, wie sie vorne weg war. Ohne Probleme. Ja, aber ohne Spaß. Ja, der macht nur so Geräusche. War aber in Weid ist da überhaupt nichts bei dem Penner. Ja, doch. Da kam mir grad ein Auto entgegen, ey. Das wollte mich voll in den Arzt. Ach, sei da jetzt auch darüber gesprungen? Nee, nee. Ich bin grad unbedingt springen gefahren. Ich bin ein Point hinter dir. Ich bin ein Point hinter Bram. Ab dem komischen Schotterweg komm ich an Hardy überhaupt nicht ran. Ja, meinst du denn, dass du mit dem Cross-Motorrad weniger Chancen hast? Eigentlich waren die Werte von dem Cross-Motorrad in allem besser als der fucking Buggy, aber... Außer wahrscheinlich in der Sache mit dem Cross oder so. War mal geil. Ich hab euch nämlich gerade gerammt, aber ich hab euch nicht vom Motorrad runtergekriegt. Nee, weil du hast mich nicht hart genug gerammt, aber ich bin dadurch gegen so einen Pole gefahren. Ah, okay. Das wäre das Ziel. Und dann... Oh Gott. Oh, geil, Junge! 200 Dollar auf mich gesetzt. Oh, fett. Ach, scheiße. Du müsstest dann ja jetzt theoretisch auf... Na, du müsstest zumindest 200 Dollar vom Bram bekriegen, oder? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder kriegt der von uns allen das Geld? Weiß ich nicht, das wird sich jetzt herausstellen. Ich hab 3550 gekriegt. Huh, ich bin im Ziel. Das ist ne ganze Menge Kohle. Inklusive Wetteinsatz oder ohne? Ich hab 1970 bekommen. Ich glaube inklusive, der war schon da drin. Wie viel hast du bekommen? 1970. Ja, ich hab von euch beiden 700 Dollar gekriegt, glaube ich. What? Wettverluste. Minus 200 wird mir jetzt angezeigt. Also ja, die 200 wurden mir komplett abgezogen. Alter, da hab ich ja fast doppelt so viel Geld gekriegt wie der zweite. Ja, da hat er von mir 500 gekriegt. Ja. Ah, okay. Ja, hammer fett, würde ich sagen. Können wir gerne nochmal machen irgendwann. Oh, mach eins. Was denn? Ach so. Voll gut, Junge. So, was gibt es denn hier? Ey, was ist der Abflug? Notfallpersonale, achtförmige Rennstrecke über die Rollbahn des internationalen Flughafens. Alles klar. Okay. Lass es mal ausprobieren. Da, 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 da. Irgendwie ist das Ladebild, ah, ich wollte gerade schon sagen, ey. Hätte gerade schon wieder Sorge, dass sich bei mir was aufgehangen hat. Wäre ja nicht das erste Mal heute. Lass mal einen Schluck Energy-Geschränkt. Lass mal einen Schluck Energy-Geschränkt. Wow! Ich hab ein Mikro von umgewerfen. Umgewerfen, Junge. Alles klar. So. Alles. Sollen wir wirklich keine Leute dazu holen? Oh, Super Sportwagen. Weil, naja, wir sind halt nur zu dritt. Ach, keine Ahnung, oder? Das dauert zu lange, ich weiß es nicht genau. Bestätige mal, du Affenkorb. Ja, dann geht das halt los, du Wichser. Dann bleiben wir halt zu dritt. Das ziehe ich doch sowieso ab. Ich wette, ich wette jetzt mal alles auf mich. Alter Vater. Das könnte doch witzig werden. Okay. What the fuck, was sind denn das für... Die habe ich im Singleplayer noch nie gesehen, die Fahrzeuge. Alles klar. Ich nehme den, den ich im Singleplayer auch immer nehme. Mit dem weiß ich, wie jemand fährt. Lol, da ist ein Lamborghini. Krass, hab ich die noch nie gesehen hab, ey. Na komm, wir werden nochmal 200. Okay. Gesundheit. Oh, lass mir halt dich keinen rausdrücken, ey. Aus der Nase. Okay, ich bin bereit zum Spielen. Hadi ist noch nicht bereit. Natürlich nicht. Ja, ich noch nicht. Wen wundert's. So, okay. Ah, ich wette jetzt nochmal 200 Dollar. Und dann drück auf bereit. Wir fangen mal langsam an. Okay, welche Karre habt ihr genommen? Die Boltic. Keine Ahnung. Ich habe einen Infernus genommen. Ach, du hast den Elektrowagen genommen. Der ist richtig. Oh ja. Lol, das ist ja sogar ein Lamborghini. Ähm. Wie heißt er? Dieses ultrakrasse Gerät. Alles klar. Fick dich. Ja, der komische Boltic hat übelste Beschleunigung. Übel, das ist richtig übel, das Ding. Das ist mein Wagen. Ich habe aber die höhere Endgeschwindigkeit. Das läuft. LOL, hab ich den... LOL, ich hab den... Ich hab den auch verpasst. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Ja, ich hab den mal nicht verpasst. Ich muss kurz sagen. Ja, aber echt nicht. Das ist natürlich jetzt debiet. Muss man mal ganz einfach sagen. Ich glaub, wir drei Runden. Ja gut, aber hier kannst du ja nirgendwo gegen fahren. Was für einen Fehler willst du machen? Ja. Ich komm jetzt aber mal auf meine höhere Endgeschwindigkeit. Ich hab Bram gerade auch auf grader Strecke überholt. Ich muss jetzt halt mal irgendwo mal so ein bisschen langsam rankommen. Oder hast du den überholt wegen Windschatten? Das kann... Ja gut, okay. Das stimmt. Kann auch sein. Jetzt die Runde. Oh nein, ich hab mich voll verbremst. Oh Mann. Ja, das war jetzt ein Fehler, der definitiv das Rennen gekostet hat. Hast du auch noch einen Fehler gemacht? Nee, am Anfang. Der hatte ich nicht da durchgefahren bin. Ich dachte, ich könnte die Kurve etwas enger nehmen. Aber dass man da wirklich dann echt genau durchfahren muss, das war jetzt... Du hast ihn wahrscheinlich gar nicht berührt. Nee, nicht mal anders. Nee, wie kann der nur? Das hab ich überhaupt nen Brems, ich Idiot, ey. Ich wusste gar nicht, dass er jetzt so viele Player auf solche Fahrzeuge gibt, ey. Den wollte ich, sagst du mal, in Standardkarre mit Michael. Hab ich auch voll ausgetunt. Aber die restlichen hab ich noch nie gesehen. Frage ich mich auch, warum? Ich hab doch schon alles gesehen von der Stadt, aber ich hab bis jetzt so ein Fahrzeug noch nie gesehen. Ja, du kannst so eins doch im Internet kaufen. Ja, ja, wahrscheinlich kriegt man die auch mit da, ja. Oh, neue Bestleiste. Na, wobei klar, ich hab noch keine Beschleunigung gehabt. Äh, genau. Wann habt ihr gefahren? 51,933 hab ich gefahren. Oh, nice. Aber das bringt mir nix, weil ich so weit von euch weg bin. Das bringt selbst 3 Sekunden schneller nix. Zumindest Hadi hatte. 4,4, 4,1. Na, ich hatte 55. Okay. Ich seh das schon, Alter. Ja, wir haben noch 2 Checkpoints. Ja, deswegen. Das ist echt scheiße. Passt nicht mehr. Ich merke, dass ich eine durch die Höhe entgeschwindet hab, aber ich komm nicht mehr an den ran. So, letzter. Der ist jetzt hier. Scheiße. Fuck, ey. Schön, noch mal stehen geblieben vorher. Oh, Peter war eigentlich auch recht gut. 150 jetzt gefahren noch. Aber dritter nur. Leider. Du bist zweiter. Hab ich natürlich jetzt 200 Dollar verloren von meinem Preisgeld. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ja, die Wette wurde abgesagt, weil nicht alle gewettet haben. Echt? Oh? 1270 nur. Das war ganz schön mager. Das war aber erstmal schön mit dem Mittelfinger in aller Richtung. Der Mittelfinger ist ja auch mega geil. Alter. 2200. Boah, Peter. Hahaha. 760 Dollar, Junge. Da zünde ich mir meine Joints mit an hierhin. Das war echt ja aber. Wie viel Geld hast du denn insgesamt so? Ich hab so 30.000. Ja, ich hab viel mehr, Alter. Peter geht halt immer Autos verkaufen. Das ist nicht so, als wenn er irgendwie was verdient hätte. Ja, das ist doch vollkommen okay. Ey, cool, das wollten wir nicht so ein Fahrradding machen. Ey, cool, das wollten wir nicht so ein Fahrradding machen.